Hallo, ihr lieben Fußballbesessene. Das ist eines der bekanntesten Gerichte von Niederrhein. Mein Name ist... Mein Name ist Kai Ebel, nicht Max Eberl. Genau, super. Ich stehe hier, bla bla bla. Mein Name ist David Sohari. Blackout. Was soll der Quatsch? Noch mal von vorne. Noch mal neu. Hallo. Mein Name ist Reinhold Eberl. Mein Name ist Michael Droschews. Mein Name ist Ulrike von Netrun. Mein absoluter Traum. Mein absoluter Traum. 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 Die Europameisterschaft. 2024. 2024. 2024. Im Borussia-Park. Genau in diesem Stadion. In München-Gladbach. Mönchengladbach. 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 Ich erinnere dich, Christoph. Ja, das wäre wichtig für mich. Mönchengladbach, bist du bereit? Ja! Sieht so aus. Kann losgehen. Mönchengladbach. 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 Vielen Dank.